Was tun wir, Arthur? Ich geh weg. Wohin? Weiß ich noch nicht. Oh Gott! Ich geh mit dir. Ich geh selbstverständlich mit dir. Nein, Lena, jemand muss doch Geld verdienen. Für die Kinder. Recht, Arthur. Wir lassen uns scheiden. Nein! Nie im Leben! Doch, es muss sein, Lena. Sonst ist deine Karriere zu Ende. Bitte. Für die Kinder. Ja. Du musst recht, Arthur. Oh, du mein Kluge, Arthur. Ich werde immer dein liebendes Weib sein. Deine Gatt. Natürlich. Geh in die Schwarz. Nimm die Kindermissuch an Gutes Internat. Ich habe viele Filmangebote. Ich werde sie alle annehmen. Ja, tu das. Jetzt lass mich ein wenig allein. Soll ich dir nicht helfen? Ich helfe dir gern. Nein, danke. Es ist nicht nötig. Es ist eine schöne Handlung für mich, wenn ich es recht bedenke. Ich liebe diese Bretter. Warum soll ich sie nicht zum Abschnitt putzen? Ich liebe mich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich besuche euch natürlich in der Schweiz. Helene, verkauf dich nicht ganz, damit du dich nachher nicht schämen musst, obwohl du wirst immer unschuldig bleiben, ich weiß es. Ich bin ein Jude, hat nicht ein Jude Augen, Hände, Organe, Sinne, Neigungen, Leidenschaften, genährt mit derselben Nahrung, verwundet mit denselben Waffen, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt, gewärmt und gekühlt durch denselben Sommer und Winter wie ein Christ. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet, stärken wir nicht. Und wenn ihr uns Unrecht tut, sollen wir uns nicht rächen. Wenn wir sind wie ihr im Übrigen, so wollen wir euch auch darin ähnlich sein. Wenn ein Jude einem Christen Unrecht tut, was ist seine Sanftmut, hm? Rache. Wenn ein Christ einem Juden Unrecht tut, was sollte sein Dulden nach christlichem Vorbild sein? Rache. Die Schurkerei, die ihr mich lehrt, will ich ausüben. Und es muss hart hergehen, wenn ich nicht die Unterweisung übertreffe. Dafür muss ich mich rüffeln lassen, weil ich diesen Drogensüchtigen Meißel abschießen wollte, weil ich im nationalsozialistischen Sinn gehandelt habe. Dann ist doch nicht zu fassen. Eder! Herrgott, Eder! Herrschaft, wie lange dauert denn das heute? Ich dachte, wir sind denn los? Jetzt zockt er uns wieder im Genick. Wie ist denn das möglich? So geht's den alten Kämpfern immer, Hubert. Zuerst ins Feuer geschickt und dann zurückgepfiffen. Die einzigen, die alle Revolutionen überstehen, sind die Bürokraten. Am wenigsten spielen wir unsere Traumrollen, ist doch auch schon was, oder? Hat mich interessiert das Theater nicht. Hat mich nie interessiert. Ist nicht ein Fernsehen. Aber sicher. Wenn ich das Wort Kultur höre, dann entsichere ich meine Browning. Kultur, Kultur, Kultur. Kultur ist weibisch. Ist dekadent. Jede Art von Kultur, jede Art von Kunst brauche ich nicht. Entschuldige, die naive Frage, warum bist du dann Schauspieler geworden? Wahrscheinlich, weil ich gerne Volksreden halte. Nein, weil auf der Bühne gehasst wird, weil gestorben wird. Ja! Ein Stück, in dem kein Hass vorkommt, kein Mord vorkommt, interessiert mich nicht. Insofern ist der alte Angel in Sachsen natürlich schon ein toller Bursche. Naja, der hat sowieso was Nordisches an sich. Englischer Dandy ist ja keiner. Außerdem spielen wir Deutschen, den besser als die Briten kommen. Die verstehen ihn gar nicht. Viel zu knieweich, alles. Viel zu knieweich. Eder! Der gute Kirsch. Was? Heute sagst du, einen dekadenten jüdischen Humanismus als Shakespearean drin. Aber den habe ich fertig gemacht. Kannst du dich erinnern? Abgestochen! Verbal abgestochen! Weißt du, ich fühle mich wohl, wenn ich herumbrüllen kann. Ich liebe das, ich mag das. Aber im Leben kann man nicht ständig herumbrüllen, schon wegen der holden Weiblichkeit nicht. Und die Weiber, die zucken da immer so zusammen an, dass ich sie am liebsten umbringen möchte. Soll man auch nicht. Habe ich mir eben die Bühne ausgesucht oder so, na, ist ja egal. Ich bin ehrlich froh, wenn der Krieg kommt. Ich sag's dir. Also bei mir ist das weniger kompliziert. Ich bin ein Schmieren-Komödiant. Mir macht das Spaß. Was? Der Mann soll hier vorsprechen? Ja. Und ist schon im Haus? Ja. Na wunderbar. Was führt ihr jetzt wieder mit mir? Ich bin doch kein... Soll er doch zu diesen Freilichtsspielen gehen? Zu einem dieser Kingspiele? Oder wie das Zeug heißt. Ah, sagen Sie Strassky. Heil Hitler, Herr Maisel. Grüße Hitler, sag Heil. Gottes Willen, Strassky! Seien Sie, sind Sie von allen guten Geistern? War das etwa Ihre? Ich meine, wir sind kein Bauerntheater. Wollt ihr mich jetzt auf diese Weise? Habt ihr aber getäuscht? Mich legt ihr nicht? Ja, ja. Schauen Sie nicht so, Strassky. Der Rektor bin ich. Immer noch ich, nicht wahr? Sie sind nur noch hier, weil in Ihrer Buchhaltung so ein Schweinestall ist, dass sich kein Mensch auskennt. Ja, ich kenn mich ja leider auch nicht. Na, bin ich vielleicht ein Buchhalter? Was kann denn ich, wenn Sie meine Buchhalterin entlassen? Nach 30 Jahren, die Sie hier... Nur, weil Ihr Mann ein kommunistischer Eisenbahner oder was sein soll. Was haben Sie gegen einen kommunistischen Eisenbahner, Strassky? Ich habe ihn gekannt, der hat so ähnlich geredet wie Sie. Ich habe schon geglaubt, der ist ein Nazi. Aber jetzt, nein, nein, halt. Jetzt fällt mir auf, vom Herrenvolk war nie... Treiben Sie es nicht zu weit, Herr Maisel. Herr Direktor, wenn es recht ist. Immer noch Herr Direktor, nicht wahr? Irgendwann landen Sie dort, wo der Eisenbahner gelandet ist, Herr Maisel. Das war der Herr Gauleiter, zufällig Ihre Minder von Barne imputiert worden. Ich glaube, dass Sie hier, ich weiß nicht, Narrenfreiheit haben. Was? Der Herr Gauleiter schätzt meine... Das wusste ich nicht. Das muss ein kultivierter Gau. Sowas. So, ich lasse den Mann jetzt kommen, ja? Ja, aber versuchen Sie, nicht wieder mir einen Parteigenossen, einen absoluten Dilettanten, weil da habe ich mich rückfragt. Ja, das ist nur ein bisschen. Sie werden sich wundern, Herr Direktor. Der Mann ist unglaublich, wirklich. Na gut, also wenn er schon von so weit... Aber ich warne Sie. Machen Sie sich keine... Hier engagiere ich, sonst niemand. Wo kennen wir? Der Nationalsozialistische Staat.